okay was macht das also dank raffiniert limpt und eine fortschreitige spektrum hinterherkostikern kannst du diese stadt super ausdrücken dann noch das hier das will ich auch kann ich damit das gesamte auto markieren oh 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 Was ist das? Okay, Okay, cool. Cool. Aber kann ich hier auch lackieren? Nee, das ist nur für schön. Ja. So. Blauerlack. Okay. Wifür habe ich noch ein? Gibt es wie zu korrekt ein neuer Schub aus dem Wagen unter Aufwendung von Ankerenergie? Okay, und das? Okay. Frequenz, ein Extrationsgerät. Okay. 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 Ah, 0,3. Okay. Okay, Reparatur Set. Okay. 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 Underser. Okay. Was fehlt mir denn hier für ein Reparatur-Kit? Metallschrott. Das kriegen wir ja schnell hin. Guck mal. Oh. Krass. 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 So, dann bauen wir nochmal Reparatur-Kit. Und das zwei. Alles einfach reparieren hier. Okay, das sollte eigentlich reichen. So, wohin wollen wir denn? Okay, wir sollten erstmal irgendwo anders hin. Fahren wir hier hin. Okay, dann liefern wir noch eben das. Und dann abfahren. Okay, aufhi, maufhi, saufhi da draufhi, ab nach Valhalla. Okay, hier oben haben wir das irgendwie voll verseucht. So. Also, ich glaube ja, das hier ist die Grenze, wie viel Limen wir mitnehmen können. Und sobald wir den roten Strich überschritten haben, können wir nicht mehr einsammeln. Das heißt, die Limen sollten wir ganz zum Schluss holen. Dann holen wir uns jetzt hier erstmal ein paar Ressourcen. Bei den einzelnen Häusern. Hier sollte jetzt eins sein. Oder ist das da vorne? Ja. Okay, dann gehen wir mal gucken. Hallo? 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 jahre kein signal oder massenhalluzination so wir brauchen ein bisschen sachen schricker we picked up its waveform and turns out it's equal and opposite to the remnants waveform they're paired signals it means they're related and and what's more if we bring that car to whatever this mass hallucination sources we have a chance of nullifying the remnant and breaking its bond with the driver a simple destructive interference this is insane after all this time we find a remnant lead on the mass hallucinations of 61 and a possible way to free the driver bitch me friends because this is the best thing that's happened in decades just when things were getting dull the remnants were the key to the mass hallucination this whole time yes and you nearly destroyed it i i need to go this is you princess we have so much work to do i know i've already pulled every report on the mass hallucination event driver listen you stay safe out there we report back to you once we've gone through all of this data there's a lot of it and 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 be careful api's not in the right mind okay so watch yourself okay das ist so interessant mal gucken was da passieren wird mit denen drei leuten leuten okay okay also hier rechts abbiegen und dann fahren wir hier hin Und dann fahren wir hier rüber, sammeln das ein, das, und fahren wir hier unten hin, hier hin, und dann gucken wir mal. So. So. Holy. So. So. Okay. So. Wir müssen hier einmal im Kreis fahren. Aber das können wir gut und gerne mitnehmen. Okay. 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 Damit haben wir Nummer eins und Nummer zwei. Kriegen wir ein bisschen Plasma. Und Glasscherben und nonstop. Okay. So. Okay. So. 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 Wollt das einfach weiter oder die? Bleibt das jetzt da liegen? Oh. Kann ich das hier? Nee. Äh. Und was macht das? Okay, Fernsehtag, nein, das ist jetzt aber alles. Okay. Oh. Schade. Ich dachte, da passiert irgendwas lustiges. Wieso ist das Licht hier an? Okay. So, wie machen wir das hier am besten? Fahren wir hier hoch, dann hier hin und dann hier unten hin? Ja. Okay. Okay, fahren wir erst hier hinten. Hier sieht es ja nach viel aus. Hier ist nichts. Hier. Okay. Bisschen Horror-Game ich hier schon wieder alles. Okay. Oh, ich habe 100%. Okay, schon. Nehmen wir erst mal mit. Okay. So. Okay. So. Für mich, dich Statistics habe. Ich habe ihn. Okay. Okay, dann fahren wir da jetzt hoch. Und gucken einfach mal, da hätten wir noch Benzin, Benzin sieht aber echt gut aus. Ich glaube, das ist es. Ich denke so. Ich weiß nicht, ich fühle mich. Ich weiß nicht, ich fühle mich. Ein bisschen Stress entsteht da, wenn man auf diese Teile drauf kloppt. Und hier müsste dann diese Funkstation sein. Oder was auch immer ich sehr da sehend war. Abschlepfen, was ist das? Achso. Oh, es regnet ein wenig. Ein Benzinfass. Was ist das hier? Okay, ja. Komischer Felsen. Okay, dann war es das hier. Okay. 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 Ähm. Okay. Okay. Das heißt, wir müssen jetzt hier hin. Und da können wir jetzt einfach mal eben hincruisen. Dann ist so nix. So. ... Was passiert, wenn ich dem das zuwerfe? Also ich habe jetzt ein hilfreiches Häschen aufgesammelt. Das ist das, was ich hier drinne habe. Entführer. Okay. Das ist also der Entführer. Ich sollte eine Anomalie scannen. Und die hieß so, also werde ich jetzt irgendein Bauteil besser wieder aufbauen können. So, was haben wir denn hier? Oh, nice. Ja, das heißt also, wir können ein neues Rezept freischalten, nur dadurch, dass wir den gescannt haben. Leider hat das helfende Händchen oder Häschen nichts gemacht, aber da können wir ja später mal gucken, was man damit machen kann. So, was haben wir denn hier? Müllcontainer? Alte Schwede, wie viel das gerade war. So, und jetzt geht's... Mal sehen, ob wir das Auto kaputt machen, weil wir hier runterfahren. Oh. Oh. Just on the crew. Let's go. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, okay, äh, mal bergab, offroad, oder ist das hier eher problematisch, mhm, eher Level problematisch, oh Gott, oh Gott, oh nee, haha, da fahr ich über welche Bäume um, oh Gott, okay, gleich sind wir da, ja, also, wir sind ohne Kratzer angekommen, zwei Häuser, hallo, oh, okay, eben Sachen wegbringen, Nice So, dann das wegnehmen Cool, Game Boy So, weiter geht's So, 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 Okay, dass ich diesen blöden Teleporter andauernd benutze, So, und los geht's Oh, 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 ein, äh, Rohrpostsystem Okay, Was kriegen wir hier? Anomalie-Studien, okay, kann man da viel durchlesen Okay, Okay, Ja, dann mal eben fix tanken, ich glaube unser Benzinkanisser war eigentlich noch voll, ja, können wir das wieder zurückstellen, oh, nett, Rucksack Aufbewahrung in Station Okay Okay Oh, cool, ein Riesenfluff Okay Hello, Hello, Hello Knistern dann Nebel Okay Zapfsäule, Zapfsäule, Zapfsäule Aufi, 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 aufi davon What Untertitelung des ZDF, 2020 Nehmen wir hier noch ein paar Glühbirnen. Ja, wir nehmen auf jeden Fall Glühbirnen mit. Zum einen ist hier wieder eine Station. Und... Gott, hat sich das gruselig angehört. Gott, hat sich das gruselig angehört. Gott, oh Gott, oh Gott. Elektrik-Kit. Da kommen wir nicht rein. Schade. Oh. Oh. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Vielen Dank.